Herzlich Willkommen zum neuesten Teil unseres Let's Play Skylanders Bob Force. Ich bin Rektardin. War hier nicht irgendwo so ein Ding, wo man was gilden konnte? Jetzt ist der Moment, wo du deinen Namen sagen musst. Ich bin so Ivo. Und ihr schaut We Play Games for You. Nein, das ist irgendwie nicht so. Warum zu heute fällt jetzt hier die Scheiße überall rum? Ich hab doch damit eben schon zu viel zu tun gehabt. So läuft's halt. Was ist jetzt los? Ich dachte schon wir sind tot. Was ist denn das? Evolution? Ja ja. Du musst kennen. Das ist doch blöd. Ja. Auch mit Schildern auch noch. Logisch man. Muss ja gut sein. Ah fuck you. Was war das denn? Also wenn ich sterbe weiß ich würde so. Was? Warum? Weil ich nicht so viel HP hat. Weil ich nicht so viel HP hat. Was nicht so viel HP? Was noch? Nex hat der Beat. Die andere konnte auch schießen. Echt? Ich hab auch nicht so viel HP irgendwie. Oh was. Der ist jetzt noch so ein Dreck sack. Der soll. Dann denkst du nicht so unterbrochen oder sowas. Oh Eis. Ein neuer Weg voraus. Ah. Okay. Das haben wir ja eh nicht. Was ist das? Ne haben wir nicht. Magie können wir nicht. Wir sind nur magisch gut. Ah. Ah. Was geht doch eigentlich. Ja. Oder warum ist der so ein Seelen Ding? Weine brichst du eh. Ich geh hoch und dann kriegst du eine runter oder was? Macht ja Sinn. Ich kann mal weiter kämpfen hier. Ich kann mal weiter kämpfen hier. Aaaaah. Der hat das die ganze Zeit macht grad den Scheiß. Mit dem hier? Warte mal. Warte mal gesucht zu heißen. Na ja. Das ist da unten. Okay. Das ist da unten. Äh? Du könntest eine Schneekugel mitbringen. Oder so. Achso. Wenn du das sagst wird es wohl so sein. Spansch, spansch, spansch. Du musst hier hier drauf schieben wahrscheinlich. Damit du hier hochgeklüppelt wirst. Ich weiß doch wie kommen wir hier hoch noch. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss er von oben runter springen oder so. Sondern erst mal hier runter oder so. Ging ja nicht. Es ging nur in die andere Richtung. Ja. Ah, ich hab ne Theorie. Ich würde erst mal gerne gucken was da ist. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. So, jetzt komm hier runter. Und dann sehen wir wieder so geiles Video. Von etwas was du nicht hab. Oder wir haben Smart. Das wär auch gut. Das wärs ja mal. Einer von zwei. Ne zwei von zwei. Ja. Okay. Biss nur für einer. Kann man nicht. Buggy Kumpel. Vorschau. Ja. Alles klar Mann. Was bist du für noch was. Tune Bug. Ja. Was machs denn. Was war denn das? Das war das schlechteste was ich bisher gesehen hab. Ich wollte es auch gerade sagen. Es war ja total schlecht. Was kann der denn? Gar nix. Der ist bestimmt super selten. Meinst du. Damit es das irgendwie nicht ausgreift. Den wollte keiner getauft hat. Ich bin sicher. Guck mal hier runter rüben. Ui 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 ui. Nur ein Swap Skyländer mit der Buddelfähigkeit. So ich kann hier nicht runter. Der war falsch. Der hat nicht runtergekommen. Ja. Ich hab mir gedacht aber das ist nicht wirklich was. Ja weil der Tepp ist. Achso. Und da hat er ja auch nicht. Tötendötendötendötendötendötendöt. Wann ab! Oho ein 3 von 5 wird schon. Ui 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 ui. Wie sterben solche Sachen ey. Sachen die vom Himmel fallen. Wie geht's gleich runter das? Vor allem wegen der blöden Schatzkette. Das ist so blöd. Oh Mann. Soll, dass du mal wartest. Boah. Dass das Ding ein bisschen starb wird, dass wir zusammen draufhüpfen. Oh, okay. Nichts mal am Ratschkopf. Wartest du vielleicht mal starb? Das hat doch das eine was mit dem anderen zu tun. Ja, offensichtlich. Ach, das ist doch schon wieder ein Quatsch. Oh, ach wie schwer das Ding war. Ja, unheimlich. Ein unumstrittener... Äh, vor... Warum? Ja, sag ich Kraft haben, hallo? Mach die Katze überhaupt schon wieder, ey. Ich hab doch keinen blassen Trimmer. Wenn jemand viel Scheiße macht, dann ist die Katze. Na was? Ohne die Heizung. Die macht's immer ganz heiß. Mhm. Die haben jetzt zwei doch echt Spaß hier zum Heilen oder nicht? Ja. Oder sind sie einfach nur runtergefallen. Ja, hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ja, ich hab doch keine Ahnung. Ach, das ist doch ein schwachsinn. Ach, das ist doch noch ein schwachsinn. Ach, das ist doch ein schwachsinn. Zurück. Kehre zur Kameraden zurück. Jetzt kann ich hier nicht bleiben. Ah, hier jetzt sind wir da. Gut, dass sie nicht dort ist. Wir gehen weiter, wenn du bereit bist. Die andere. Ja, was hast du ja. Die schleppt immer. Was an das Game geht. Was? Oh, ich hab was Unabständiges gelesen. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Ja. Ich glaub, er hat jetzt auch geskillt jetzt, ne? Im nächsten. Ja, ja. Kann ich auch sagen. Er hat jetzt auch geskillt. So werden die wieder benutzen. Warten wir jetzt nicht mehr am Anfang, das nächste Mal. Jetzt ist er ausgeskillt. Ja. Können wir auch gleich einen anderen dann reintun. Naja, wenn du dann eine Numbers? Naja. Du brauchst eh einen Riesen. Naja. Dann nimmst du die Naturmenschen dann. Oder ich kann da irgendwann ja auch mal was so wie ein Crusher. Eh, ne. Meinst du nicht? Ne. Meinst du, ein Crusher ist einfach immer? Ne, das ist ein Death. Was ist das? Wenn du Skylanders Giants total verschlafen hast, hast du voll Pech gehabt hier irgendwie, ne? Willst du nichts kaufen? Ja, doch fast nichts. Ja, aber ich glaub doch noch nicht, dass der so viele Skills hat, ey. Tolle Sache. Toll, den benutzt ich nicht. Super gut. Saugkörpernangriffe. Vielleicht solltest du den benutzen. Ne, den will ich nicht. Was willst du denn mit dem Saugpacker? Saugblasterangriffe sind besser. Denk ich auch. Guck mal was. Gar nichts drauf. Foto-Synthese-Kanone. Womit ging das? Mit Dreieck. Okay. Gewundert, dass der so scheiße ist. Irgendwie schon, ne? Aber dann hat er auch total wenig Münzen bisher erst noch bekommen. Ja, ja. Geh ich schon mal wieder fertig. Ach, der schießt mit seinem Mega-Man-Handschuh. Das haben wir doch. Okay. Machst du jetzt. Ja, ja. Damit ich mal lachen kann. Wurista! Wurich. WurWinds. Jö, ne? Wurich. Kliere viel. Döi. Lalalala. Wurstуля. Okay. Ach so, ich verstehe das. Das ist das erste Mal, dass ich das machen darf. Sag mir, wenn ich das machen soll. Ich weiß nicht, was es bringt. Die Ringe größer, damit du anders vorbeifiegen kannst. Ich fliege schon schneller, also mit Kreisbetrugteilen. Voll langweilig. Mhm. Ja, bin schwer. Jaja. Ja. Tolle Wurst. Ich hab die geholfen. Mhm. Voll langweilig. Ja, ich hab die geholfen. So. Ich hab die geholfen. Nett. Du bist irritiert. Ja, meiner Meinung hab ich dir geholfen. Ja. Anwichtssache scheinbar. Oh, je. Nein, Mann. Das war jetzt kurz vor dem Ziel. Oh, Mann. Ja. Ja, der war lustig. Dann war ich's auf mit dem Schwachsinn. Der macht mich voll. So, ich hab verlassen, oder? Das macht doch keinen Spaß. Mir macht's keinen Spaß mit dem Schwachsinn. Oh, okay. Das ist eine Tätigkeit zu sehen. Du kannst das schon. Du bist ja ein Profipilot. Scheinbar. Ich hab jetzt auch verstanden, warum der ja nicht verbrennt, wenn er das macht. Und zwar fängt die Luft erst kurz nach den Füßen anzubrennen. Ach so. Deswegen hat er gar keinen Schaden an den Beinen. Okay. Ich könnte jetzt natürlich die Ringe groß machen, aber... Das wird's schon ändern. Das darf ich ja nicht. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Das Spiel hat immer recht. Ja? Was meinste? Ach, weil nicht mit dem Pseudo-Techno geht. Alter! Nur weil du zu blöd bist, fliegst dann nicht vom Ziel durch. Weil ich jedes Mal denk, dass das der Letzte ist und du dich dann ufermen kannst. Lustigerweise. Okay, diesmal denk, schleif dran. Alter! Zu tof? Wie war das denn? Natürlich warst du das. Nö. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Nö, das ist die Frage. Ah! Warte mal, das hat keinen Sinn gezogen. Nö. Guck mal hin. Oh, so ein Scheiß, ey. The Kart hat Qualitäten von Marvel Lego. Ja? Ja. Ich muss auch einmal zugucken. Schnappt das irgendwie grad? Mhm. Ja, weil es irgendwie ein bisschen sinnlos ist. Aber wir sind doch schon auf der Suche nach dem 4. Vieh, oder? Ne, 3. Vieh. Ja, aber nach dem 3. Vieh sind wir auf der Suche. Nicht irgendwie zwischenraben, oder was? Ja, nach dem 3. Vieh, dem Hundevieh. Gut. Hundefrostvieh, oder sowas. Okay. Ups. Oh, 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 oh. Ja, aber auch mal voll rein, ne? Ne, ja. Einfach mal so Scheiße ballen. Gut, oder? Hm. Könnte ja helfen, aber. Ne. Problem ist, dass du mir nicht hilfst, wenn du mich nervst. Gehau das nicht. Ecik sie schüße. Schlechte mir auch noch, ey. Glaub des ned. Ecik sie ist das ein bisschen lustig. Nee. Siek. Oman. Du musst nach oben, Mann. Sieg mit Rakete. Nach vorne. Ecik sie macht keinen Spaß mehr. Bleib mal durch. Aufpassen. Halt die Fresse jetzt. Hübsch aus. He. Hast du schon bemerkt? Wenn du durch die Ringe fliegst, dann bekommst du so Zeit. Ja, ich hab's gesehen. Gut, ne? Mhm. Ich hab wohl's dir noch mal sagen. Weht schon mal nicht weg genug. Wow! Ist mir nicht aufgefallen. Ne? Ne. Gut. Falls dir das nicht aufgefallen ist, mich interessiert das da im Moment gar nicht. Oh Mann. Außer, dass mich es nervt. Das nennt man Abwechslung, aber in Wirklichkeit tut es die Leute nur einbauen, damit die Spieler knapp sind. Und denken, juhu, ein tolles Spiel. Ja. Wahrscheinlich ist das so. Das ist aber nicht so. Keiner denkt, das ist ein tolles Spiel. Ich glaub aber nicht, dass irgendjemand dem Spiel ne bessere Bewertung gegeben hat, nur weil es Ringe hat, wo man durchfliegen kann. Außer im Zoo oder im Zirkusgeschäft oder so. Okay. Die Neustädter Zonius haben dir bestimmt eine gute Bewertung gegeben im Spiel. Wie gute Spinnen. Vier von fünf Zuckerstückchen. Oh Mann. Vier von fünf Zuckerstückchen. Oh Mann. So, Mann. Du gewinnst. Nach jahrelanger Übung hat er jetzt geschafft. Ja, 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 ja. Du hast'n schwachst'n Shit. Du kannst dein Geschenk noch auspacken, dann machen wir einen Cut. Das war mein Ziel übrigens. Ja, ja, ja. Genau. Du hast'n hier mein Geschenk. Kommt noch. Ich würd' niemals ein Paket auspacken, wo Rakettenhäuser rauskommen. Das ist mein neuer Hut. Alter, ist kein Hut. Das hast'n nett angezogen, ne? Ja, ich schon nett. Bist du dumm? Zieh den an. Ich find'n Hut viel besser. Okay, wir machen jetzt nen Cut. Das ist ein Strohhut, hallo? Wir hatten Spaß, glaub ich, ich nicht, aber ihr bestimmt auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.